Noch ein Baumdiagramm machen. 36. Oder machen wir es kurz, genau. Für den ersten Würfel habe ich 6 Möglichkeiten. Für den zweiten Würfel habe ich 6 Möglichkeiten. 6 mal 6 sind 36. Den zweiten Aspen müsste ich jetzt rüberkopieren, hat den anderen 5 Äste auch noch dran. Spare ich mir. Okay, 36 Möglichkeiten. Also jede Kombinationsmöglichkeit hat die Wahrscheinlichkeit 1,36. 1,36 plus 1,36 plus 1,36. 36 mal ergibt 1 als Gesamtwahrscheinlichkeit. Mario sagt genau. Multipliziert 12 gibt es 2 Möglichkeiten. 2 mal 6 oder 3 mal 4. Und die Reihenfolge ist nicht egal. Denn ich kann auf dem einen Würfel 2 würfeln und auf dem anderen 6. Dann kommt 12 raus. 2 mal 6 multipliziert. Oder ich kann auf dem ersten 6 würfeln und auf dem anderen 2. Da kommt auch 12 raus. Oder 3 und 4. Und 4 und 3. Ich habe jetzt den Baum sehr rudimentär hier gezeichnet. Ihr könnt es euch sicher vorstellen. Es sind eigentlich 36 Äste oder 36 Pfade, von denen bei 4 am Ende multipliziert überall 12 rauskommt. Also jeder dieser Pfade hat die Wahrscheinlichkeit 1,36. 4 davon sind die günstigen Fälle, nämlich die, bei denen 12 tatsächlich rauskommt. Also 4,36 ist die Wahrscheinlichkeit. Könnte man noch kürzen. In 1,9, wenn man das wollte. Also die Wahrscheinlichkeit ist 4,36. Genau, wir gehen von dem W6 aus, Flotschi-Kadde. Genau, wenn es keine Fragen gibt, können wir zu den nächsten Aufgaben gehen, weil eigentlich sind die alle total analog, könnte man sagen. So, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis 7 geworfen wird? 7 ist eine Primzahl und hat nur 7 und 1 als Teil. Somit gibt es keine Möglichkeit, dies durch Multiplikation zu erreichen. Genau, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis 7 geworfen wird? Naja, 0. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0. Das ist ein unmögliches Ereignis. Kann nicht eintreten. Okay, und die dritte und letzte Frage war, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis größer als 25 ist? Größer als 25, vorhin wurde es gefragt schon. Größer ist größer, nicht größer gleich. Das heißt, 25 als Ergebnis darf nicht mitgezählt werden. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt? Na, welche Multiplikationen gibt es denn? Um auf eine Zahl zu kommen, die Größe ist 25 bei zwei Würfeln. Drei, Christomatie, welche denn? Nur 30 und 36 ist möglich, genau, nämlich 5 mal 6, 6 mal 5 und 6 mal 6. Das sind die drei Möglichkeiten. Also ist die Wahrscheinlichkeit, wie groß? 3,6 und 30. Also ein Zwölftel. Sehr gut. Okay. Haben wir auch die Aufgabe gelöst? Wunderbar. Ah, Squallcry, sehr gute Frage. Sind 6 und 6 und 6 und 6 unterschiedlich? Oder sind es zwei verschiedene Lösungen? Ja, gute Frage. Schaut mal in den angedeuteten Baum hier oben. Bei der alten Aufgabe, der ersten Aufgabe, kamen hier 2 und 6 und 6 und 2 doppelt vor im Baum. Entweder würfel ich mit dem ersten Würfel eine 2 und mit dem zweiten eine 6. Das ist ein bisschen größer. Oder ich würfel mit dem ersten eine 6 und mit dem zweiten eine 2. Also hier gibt es zwei Äste in dem Baum, bei denen das Ergebnis 12 rauskommt. Wie viele Äste gibt es in dem Baum, bei dem das Ergebnis 36 rauskommt? Nur den einen, ne? Es gibt nur den einen. 6 mit dem ersten Würfel, 6 mit dem zweiten Würfel. Das heißt, ich habe insgesamt 36 Äste in dem Baum, aber nur einer dieser 36 Äste ergibt das Ergebnis 36. Ja, wenn wir jetzt von dem roten und dem blauen Würfel reden. Das hier oben ist der rote Würfel, das ist der blaue Würfel. Das zeigen beide 6. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Für die 36 gibt es nur die Möglichkeit, dass sowohl der rote als auch der blaue Würfel die 6 zeigen. Während bei der 12 gibt es zwei Möglichkeiten. Der rote die 2, der blaue die 6 oder der blaue die 2 und der rote die 6. Um euch ganz davon zu überzeugen, man kann das Ganze sich auch als Tabelle überlegen, also als Tabelle vorstellen. Mit dem ersten Würfel kann ich 1, 2, 3, 4, 5 und 6 würfeln. Auch mit dem zweiten Würfel kann ich 1, 2, 3, 4, 5 und 6 würfeln. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten habe ich? 36. Na, ist klar. Ich habe ja 36 Felder, die ich ausfüllen kann. Ja, genau, Mario. Das war eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe 36 Felder, die ich füllen kann. So mit den Multiplikationsergebnissen. Da kommt zum Beispiel 1 raus, hier kommt 4 raus. 4 mal 3 ergibt 12. 12 mal 3, äh, 3 mal 4 ergibt 12. So was, ne? 2 mal 6 ergibt 12. 6 mal 2 ergibt 12. Da habe ich immer zwei Möglichkeiten. 2 mal 6, 6 mal 2, 3 mal 4, 4 mal 3 ergibt 12 jeweils. Von den 36 Feldern, in wie vielen davon steht das Ergebnis 36? Nur in dem einen da. 6 mal 6. Das heißt, ich muss das nicht doppelt zählen. Ich darf es nicht doppelt zählen. Es gibt es nur einmal, dieses Ergebnis. Das war eine total gute Frage, denn viele haben diese Frage. Auch in meiner Lehrveranstaltung, Studis, haben diese Frage immer wieder. Muss ich die Würfel hier so und so rum oder zwei verschiedene Varianten, eine verschiedene Variante, in welchen Fällen und so? Stell es euch als Tabelle in dieser Form vor oder als Baum. Das zeigt die Struktur der Aufgabe und da sieht man dann dran, okay, wie an wie vielen Ästen steht denn dieses Ergebnis tatsächlich? Vielen Dank.